Am 10. und 11. September 2015 fand in Kassel zum ersten Mal die Industriemesse Nordhessen statt, bei der sich zahlreiche Fachbesucher an über 120 Messeständen Informationen zu neuer und bestehender Technologie holen konnten. Die Messe ist für den Industrieraum Nordhessen eine wichtige Erweiterung und bietet die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Für uns hat sich der erste Tag schon gelohnt, wir haben gute Kontakte gemacht, trotz dass das erste Mal hier stattgefunden hat, waren ausreichend Besucher da und wir können uns vorstellen auf jeden Fall wieder zu der Messe zu erscheinen. Ich kann nur das Resümee ziehen, dass es für uns wirklich ein Erfolg war, da wir wirklich viele erfolgversprechende Kontakte hier knüpfen konnten. Wir haben uns gefreut, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt mit der Messe uns hier in dem Raum Kassel zu präsentieren, unsere Dienstleistungen zu präsentieren, unsere Produkte zu präsentieren und deshalb haben wir auch die Chance gerne genutzt, hier auszustellen. Als hochspezialisierter Blechbearbeiter sind wir zum ersten Mal hier in Kassel auf der Messe. Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir einfach in dieser Region stärker vertreten sein wollen. Für uns war es bisher eine sehr gute Messe. Wir konnten mit vielen unserer Kunden Gespräche führen, haben neue Stahlverarbeiter, Stahlverbraucher ansprechen können, auch unser Unternehmen vorstellen können und wir werden sicherlich bei der nächsten Messe in zwei Jahren wieder dabei sein. Wir haben jetzt zwei Tage hier die Messe vollbracht, haben eine sehr gute Resonanz entwickeln können, sehr viele guten Kundengespräche als auch Interessentengespräche geführt. Es freut uns von der Hexagon Methodology als führender Lieferanten der Koordinatenmesstechnik natürlich insbesondere, dass wir hier im nordhessischen Bereich mit der Industriemesse Nordhessen auch eine Plattform haben, wo wir unsere Technologie präsentieren können. Industriemesse, da muss auf jeden Fall Schweißtechnik vertreten sein und wir freuen uns auf die nächste Messe. Wir sind uns sehr sicher, dass wir in den nächsten zwei Jahren wiederkommen, dass wir mit der gleichen Intensität und auch der gleichen Freundlichkeit hier wieder unseren Kunden begegnen können und freuen uns schon auf das Jahr 2017. Vielen Dank!